Risen Was macht der für Dance-Moves da hinten? Edward, bleib mal locker. Schöne Grüße hier aus Risen 3 mit dem Ameisenkönig. Von mir, dem Ameisenkönig. Wir sind hier im Tal der Kieler und wollen hier auf die andere Seite der Mauer, weil die da die Ossis gefangen halten und wir ein paar Bananen dabei haben. Ein Quatsch war wir, weil da irgendwie so ein alter Tempel ist und wir haben matt aufgegabelt. Ich glaube, ich spinne, dass es da wieder so einen gibt. Den haben wir aufs Maul gegeben, ist aber trotzdem nur noch da. Ich glaube, ja. Den nehmen wir erstmal mit, so als menschlichen Schild. Hey, ich werde angegriffen. Ah, matt, nein. Wir holen uns matt hier dann dabei. Stellen wir uns einfach vor die Flinte. Ah, ich habe etwas Proviant auf sich. Ne, für dich. Auf sich. Auf sich steht hier oben. Ah, das kann ich aber sagen. Was hat es mit dem verbotenen Tal auf sich? Das verbotene Tal ist der Sitz unseres Orakels, Gutscho. Es ist äußerst wichtig, dass das Orakel in seinem Frieden nicht gestört wird. Die schlechten Einflüsse dieser Welt könnten es verwirren. Ja, im schlimmsten Fall sogar verändern. Wieso das denn? Kannst du mir noch mehr darüber erzählen? Kannst du mir noch mehr über das verbotene Tal erzählen? Dort ist der Dschungel dicht und die Gefahren sind groß. Unsere mächtigste Kiki ist ins Tal entsandt worden, um das große Orakel zu sehen. Wenn die Zeit reif ist, wird sie wieder zurückkommen. Wenn du mehr über uns Kila erfahren willst, dann geh ins Dorf. Es ist südlich von hier. Hey, ich habe... Oh, Shani möchte ich jetzt endlich mal sehen. Die geile Ausschrissen 2. Mensch. Die ist echt sehr keck. Ähm, oh ja, Proviant. Ich habe hier etwas Proviant für dich. Sheku? Ein Gutscho bringt mir etwas zu essen. Das ist Aufgabe unserer Muleke. Jo. Äh, ich helfe euren Muleke. Ja, Ixi wollte, dass ich das hier mache. Äh, ich glaube, wir sind mal ehrlich und sagen, dass Ixil mir diese Lieferung zugesteckt hat. Ixil hat mir diese Lieferung zugesteckt. Kapo, Gutscho, weg damit. Wenn Ixil dich geschickt, dann stimmt etwas nicht. Er wollte, dass ich dir sage, eure Muleke hätten mir das Essen gegeben. Ixil will Platz von Chaka Hirutu übernehmen und Anspruch der Tonkas übergeben. Es ist gut, dass du, Baraka, die Wahrheit berichtet hast. Nimm, Gutscho. Oh, geil. Danke. Warte mal, wir speichern eben. Nein. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das hören will. Das war eine total verrückte Geschichte. Eigentlich wollte ich es gar nicht, aber irgendwie. Du musst wissen, ich komme nämlich von ziemlich weit her und habe gar keine Ahnung von der Seefahrt. Ist ja auch egal. Dafür habe ich andere Qualitäten. Das wirst du schon noch merken. Was wollte ich gerade noch erzählen? Gar nichts. Geh einfach weiter. Ja, gut. Wir können ja später noch reden. Du bist echt so ein Labertönis, ey. Hammerhart. Ixil soll für seinen Verrat bezahlen. Kann ich auf dich zählen? Gut, Gutscho. Baraka wird dir helfen, dich an Ixil zu rächen. Aber Vorsicht! Wenn er merkt, dass jemand ihn tot sehen will, wird er das Lager nicht verlassen. Sag ihm, Baraka ist tot. Zum Beweis bringst du ihm mein Amulett. Er wird dir nicht glauben und meinen Körper suchen. Wenn er außerhalb des Dorfes ist, töte ihn. Soll ich ihn echt töten? Hm? Gibt es noch einen anderen Weg, als Ixil zu töten? Er versprach dir Freundschaft zwischen Kila und den Gutschos. Lässt du ihn am Leben, wird er weiterhin Unfrieden sehen. Mit seinem Tod kehrt Frieden ein. Sein Versprechen ist dann erfüllt. Die Hike wollen es so, Gutscho. Oh, achso, die Hike. Alles klar, alles klar. Wenn die Hike das wollen, jo, mach mal. Gib mir das Amulett. Hoffentlich fällt Ixil darauf rein. Er wird, Gutscho. Er wird. Vertraue auf unsere Hike. Sie werden dir beistehen. Aber genug der Worte. Hier, nimm es. Zeig kein Mitleid. Oh, okay. Ich glaube, dann machen wir das noch vorher. Die Abrechnung. Wenn er meint, das wäre gut so. Als Typ so. Matt ist ja auch mit teleportiert. Oh, Mann. Dann machen wir das mal. Okay. Was ist das eigentlich für ein geiles Amulett? Schauen wir uns das mal an. Barackas Amulett. Hiebwaffen. Sieben. Uh, macht aber Silberzunge weniger. Naja. Das Jägers. Macht auch mehr auf Hiebwaffen. Aber Einschüchter nicht. Ah, ja. Das ist so. Irgendwie so unsinnig. Ich bin schon total weit hier mit meinen Fähigkeiten. Hiebwaffen habe ich jetzt so schon auf 65. Holy moly. So. Also, ich habe es hier auch richtig drauf bekommen. Ey, finde ich jetzt nicht. Muss nicht sein. Aber wenn er meint. Wenn die Hiekes wollen. Ja. Ein falsches Wort und wir werden massakriert. Die Fackeln. Hier wohnen übrigens die Eingeborenen. Sie nennen sich auch die Kieler. Lieber nicht. Genau wie die Insel hier. Ist das nicht witzig? Das ist ja sehr scharfsinnig. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn du es nicht erwähnt hättest. Ich meine ja nur. Du musst echt aufpassen auf die Kerle hier. Ehe man sich versieht, hat man einen Speer im Rücken. Halt einfach die Klappe und lass mich machen, okay? Ich wollte ja nur, dass du Bescheid weißt. Obwohl, ne. Red weiter. Ich will den Speer sehen bei dir hinten drin. Ach, Mann. So, wo haben wir denn? Wo haben wir denn Exel hier? Baraka ist tot. Das ist doch ein Trick, Guccio. Es gibt niemanden auf Kieler, der stärker ist als er. Anscheinend schon. Hier. Sein Amulett. Warum solltest du ihn töten? Wer sagt, dass ich es war? Wenn du mir nicht glaubst, sieh selbst nach. Seine Leiche liegt nordwestlich von hier. Unterhalb des großen Tores. Exel wird deine Worte prüfen. Wenn du lügst, erwartet dich der Zorn der Tivas. Der Tivas. Also hat Exel wirklich versucht, ihn zu vergiften. Er hat auch einfach unsere... Unsere Ambition, hier ein bisschen Frieden zu schließen zwischen Piraten und... Den Kieler. Einfach so ausgenutzt, dass er uns ein vergiftetes Essen hier gegeben hat. Der ist ja ein Mega-Mongo. So. Ja, jetzt watschel nicht. Lauf mal weiter, Junge. Ich will dich abmeucheln. Ich will dir meine... Mein riesiges, breites Schwert in die Brust jagen. Oder dir dann die Haare schneiden. Wieso nicht? Ich kann mal ein bisschen üben an der Leiche. Nein, Quatsch. Ich meine, er soll einfach nur aufs Maul bekommen. So, Makoto ist hier noch ein bisschen am rumgammeln. Yala, Yala, oder Makoto wird böse. Yala, Yala. Yala, Yala, ey. Ich geb dir gleich Yala, Yala, ey. Yala, Yala, echt auf den Arsch. So, Makoto ist noch zu weit da. Es müsste Nacht sein, dann könnt ihr uns nicht sehen. Naja, würde, glaube ich, eh nichts bringen. Aber... Er muss ja nur außerhalb des Lagers sein. Ja, er guckt mich auch so doof an. Und geht einfach weiter, ohne um irgendwie ein bisschen schneller zu gehen. So, hier. Hier wird seine Leiche runterpurzeln. Und ja, gib ihm! Und ihn kann ich jetzt endlich töten. Das finde ich ja geil. Flatsch! Geschnetzelt, Alter. Der wollte mich irgendwie verzaubern, aber hat er nicht geschafft. Bauplan für Götterfunken halten. Oh, okay. So, was sagt denn unser... Schon wieder den Namen vergessen. Dazu? Hab' dir Typen abgemeuchelt. Mega geil. Endlich mal durfte ich das hier machen. Haha. Einen Menschen töten? Ja. 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 Exil verbreitet keine Lügen mehr. Kampa der Kila ist nun wieder sicher. Ich werde unsere Hike um Vergebung für Exils Seele bitten. Du jedoch hast eine große Tat für den Frieden vollbracht. Du kannst stolz auf dich sein, Guccio. Danke. Darf ich jetzt ins Tal? Lass mich ins verbotene Tal. Nur der, der das alte Wissen versteht, darf den heiligen Boden betreten. Sonst weiß ich nicht, ob du nicht den Zorn des Orakels erregst. Verstehst du das alte Wissen? Au. Weißt du eigentlich, warum sie mich bei den Piraten rausgeschmissen haben? Nein, aber ich fürchte, das wirst du mir gleich erzählen. Also, das war so. Am Anfang haben mich alle gemocht, weil ich ja eigentlich ein ziemlich netter Kerl bin. Ich habe mir fast die Hände blutig geschuftet für die Kerle, nur um dabei sein zu dürfen. Und was machen die? Sie schmeißen mich raus, nur weil ich versehentlich das falsche Bett benutzt habe. Ich meine, alleine natürlich. So, so, das falsche Bett benutzt, ja? Und das war alles? Glaub mir, ich habe sonst nichts gemacht. Ehrlich? Ja, ja. Komm weiter jetzt. Na schön, aber ich war noch nicht fertig. Aber ich war noch nicht fertig. Mir egal, ich will jetzt hier alte Wissen hier haben. Ich habe das alte Wissen gefunden. Es war in einem fernen Land namens Kalador. So, verstehst du denn auch seine weisen Worte? Ähm, nein. Dann finde erst jemanden, der die weisen Worte des alten Wissens entziffern kann, Guccio. Erst dann kehre zu mir zurück. Na, labern. Ich muss jetzt noch zu Eldrick zurück. Hammerhart. Die Truhe habe ich übrigens schon leer gemacht. Hahaha. Ähm. Können wir nicht einfach als Vogel hier drüber fliegen oder so? Nee, ist zu hoch. Das ist ja viel zu hoch, ey. Oder. Oder. Oder auch nicht. Lass mich mal. Ah, lass mich mal. Lass mich mal. Was probieren. Wir müssen mal ein bisschen joggen. Er hechelt schon wieder. Alter, was hat mein Held eigentlich für eine Ausdauer? Gar nichts hat er drauf hier. So. Hier wartet er eh auf mich. Wett ich mit? Also. Oh, leider. Leider wartet er auf mich. Nein. So, ich komme hier auch. Ja, geil. Okay. Wir sind jetzt hier oben. Ich glaube, ich schaffe das. Das ist ja mega geil. Wir schauen, dass wir nicht runterfallen. So, das schaffen wir auf jeden Fall. Ey, mega geil. Ja, dann haben wir unsere Typen und ich bräuchte nur noch den Teleporter. Ah. Nein, sag mir nicht. Oh. Piranha Bytes, was macht ihr denn mit mir? Oh. Tot. Hat er verdient. Was soll denn das? Jetzt haben wir schon wieder ein Gebiet, was wir nicht betreten können. Oh. Das finde ich ja echt grausig. Piranha Bytes sagt mir doch, dass ich da nicht rüberfliegen kann. Genau wie mit der Lavaschlucht. Finde ich komplett irreführend. Ja, ähm. Würde ich sagen, stellen wir Matt hier irgendwo ab. Oder kommt Matt mit aufs Schiff? Oh Gott. Bitte nicht. Ich gucke mal. Matt ist. Ist Matt da? Bitte nicht. Und er ist irgendwie weg. Ja, ich glaube, wir machen es nochmal ordentlich und stellen den irgendwie ab. Wart mal hier auf mich. Ich komme dann irgendwann wieder. Zwinker. Was? Und tschüss. Gucken. Wir haben hier mal ein bisschen Feuerblume. Ich glaube, den stellen wir hier direkt vorn ab. Ich will den auch nicht vergessen. Ich will mal gucken, was so passiert, wenn wir den mitnehmen. Scheint da vielleicht doch was sein. Hey. Wir nehmen 1000 Gold, aber verschwinde endlich. Äh, ah, wir sagen das erste Mal. Wie kommen wir in das verbotene Tal? Tja, das ist das Problem. Wir müssen durch das große Tor im Südwesten von Kila. Dieser übel gelaunte Eingeborene, der davor steht, lässt aber nur diejenigen rein, die er als würdig erachtet. Am besten du machst, was er dir sagt, sonst kommen wir da nie rein. Ah, okay. Ähm. Warte hier. Jupp. Moment mal. Du willst den Tempel doch wohl nicht ganz alleine plündern, oder? Ich glaube, ich komme besser mal mit. Oh. Laber nicht. Warte hier. Alles klar. Moment mal. Du willst den Tempel doch wohl nicht ganz alleine plündern, oder? Ich glaube, ich spinne. Jetzt werde ich den wirklich nicht los. Wir müssen zurück aufs Schiff. So, jetzt wartet Matt. Okay, alles klar. Oh. Holy moly. Okay. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf ColorDop wieder. Wir werden ja jetzt in der nächsten... Also, wenn wir jetzt hier Anker lüften. Ne, wie heißt das? Anker heben. Äh, losfahren. Meine ich. Wenn wir ja mit den Piraten irgendwie kämpfen. Wieso ist hier denn eine Leiter? Ah, hier geht es nach unten. Ach du Scheiße. Es geht hier wirklich nach unten. Wow. Wusste ich gar nicht. Goldsack. Hier haben wir ja Gold drin. Ey, geil. Wusste ich gar nicht. Ähm, ja. Mit den Piraten kämpfen. Ähm, mal schauen, wie das so endet oder anfängt. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich bin Amazon König. Wenn es euch gefallen hat. Und schwerer Goldsack sogar. Und Gold. Und hier total viel Rum mit zum WX drauf. Geh. Dann, äh, drückt drauf. Gefällt mir unter dem Video. Das wäre geil. Hämt ihr auch noch mehr? Was denn hier alles? Also das hätte ich ja jetzt echt nicht aus... Nur aus zufällig, ich hätte es jetzt hier entdeckt. Ah, hier habe ich sogar einen Kessel. Hier habe ich sogar eine Runenbank. Hier habe ich sogar eine Räucherschale. Das glaube ich nicht. Was ist denn eine Räucherschale? Was soll ich denn Räuchern? Hab ich noch Fisch da? Leider nicht, glaube ich. Na ja, gut. Dann sehen wir uns morgen wieder, ne? Bis dann. Ciao. Oh, rum.